Kurzwochen, früher in Rente gehen auf rentenbescheid24.de. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Frühling ist da. Hunderttausende Menschen in Deutschland werden im Jahr 2023 wieder in Rente gehen. Ob mit der Regelaltersrente oder der Altersrente für langjährig Versicherte, der Altersrente für besonders langjährig Versicherte oder der Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Viele von ihnen werden wieder vorzeitig in den Ruhestand gehen, mit oder ohne Abschlag. Das Team von rentenbescheid24.de unterstützt Sie selbstverständlich bei Ihrem Vorhaben, vorzeitig in Rente zu gehen und Ihren Ruhestand dann auch zu genießen. Mit unserer Aktion früher in Rente gehen. Früher in Rente gehen ist ein Wunsch vieler hunderttausender Menschen in Deutschland im Jahr 2023. Die Altersrente ab 63 wird voraussichtlich auch im Jahr 2023 wieder alle Antragsrekorde brechen. Da bin ich mir schon fast sicher. Der Rentenantrag wird ins Auge gefasst. Die Rentenunterlagen sind zu prüfen. Stimmen die Zeiten? Kann ich ohne Probleme neben der Rente weiterarbeiten? Macht eine Teilrente eventuell 99,99% für mich Sinn? Ich habe ja auch Anspruch auf eine Betriebsrente. Muss ich meinem Chef sagen, dass ich in Rente gehe oder nicht? Wie sieht es aus mit dem Krankenversicherungsschutz? Wenn ich neben der Rente noch arbeite, habe ich Anspruch auf Kranken- oder Arbeitslosengeld? Bei Rentenbezug neben der Arbeit? Und, und, und viele Fragen zum Thema früher in Rente gehen, die ihre Antworten suchen. Deshalb startet Rentenbescheid24.de am 1. April 2023. Kein April-Scherz. Für alle die Menschen, die im Jahr 2023 früher in Rente gehen wollen, die Aktionswochen früher in Rente gehen. Und zwar mit unseren vier wichtigsten Angeboten. Das sind der Rentenantrag, früher in Rente gehen für eine Altersrente. Die Rentenberatung, früher in Rente gehen. Unser spezielles Beratungspaket, früher in Rente plus Sorglos hinzuverdienen. Und unser Beratungspaket Rente, Arbeit plus Arbeitsvertrag. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Thema für Ihren früheren Rentenbeginn aus. Und profitieren Sie für Ihre Rente und von unseren Aktionspreisen. Worauf warten? Aktion auswählen und los geht's mit Ihrer Rente. Unsere Aktion läuft vom 1. April bis zum 31. Mai 2023. Sie können selbstverständlich bequem online buchen und bezahlen. Näheres zu unserer Aktion, früher in Rente gehen, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Und auch in RenteC Vielen Dank.